Ich meine, aber Bugs hat ja so einen Metallschädel, der könnte ja eigentlich das Loch reinbuddeln. Ich meine, er versetzt ja auch Statuen nach oben. Easy going. Ja. Ich werde, dass es... ...das Loch für das Teil hier haben. Nee, doch nicht. Egal. Ich benutze aber das. Dann mache ich gleich mit das Loch rein. Jumper. Hätte ganz viel Wasser getrunken. Parampararam. Klick. Boah, wie viele von diesen Drecksstatuen gibt es eigentlich? Ich meine, da oben habe ich eine gesehen. Ja. Wie so einsteinflößend. Ich hätte gerade nur noch einen Vergleich gesucht, aber irgendwie fällt mir keine Ahnung. Ja, ich kann nur Ballisten zerstören. Wie geil ist das denn? Dann soll ich gleich wieder zurück. Ich weiß, es ist ja irgendwo noch eingesehen. Ihr habt auch noch einen Ballisten erschlagen. 10, 10, 10, 10, 10, 10 Gummipunkte. Maxi, herr mit dir. So, noch ein Loch in den Boden machen. Ich lerne es nicht. Geh weg, du Fettzer. Ich meine, du bist unter der Erde. Wieso kommst du ja nicht an ihm vorbei? So langsam müsste ich doch mal alle haben, oder nicht? Das ist wieder ein Gebiet. Schatztruhen. Die enthalten Zahnräder. Ich meine, was Leute für Schätze halten. Ja. Ey, Kumpel. Verpiss dich in deiner Zeit. Blatt. Noch eine Akadema-Baxa-Blatt. Blatt, 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 Blatt. Ah, da ist das nächste Teil. Machen. Abgang. Ich stehe nicht auf Vicky. Das ist mir zu kindisch. Hey, hey, Vicky. Hey, hey. Sonst fällt mir irgendwie nichts ein zu Vicky an. Vielleicht könnte ich ja auf das Marvel-Universum anspielen mit Thor. Yeah, schon wieder Thor. Aber nur der Marvel-Universum war eine ganze Ecke cooler. Und der lässt sich wahrscheinlich auch nicht von einem halben Block erschlagen. So wie Tassia. Ah. Gib's auf, du bist nicht eigentlich einflößend. Ja, wunderbar, da kann ich sie noch. Ja, nee. Thunder. Thunder. Yay. Ich hab so ein komisches Teil mit Full da draufbekommen. Was soll ich damit? Kann ich das irgendwo gegen Badas eintauschen? Ich hoffe auch, ich werde gut für die Zahnräder bezahlt. Wenn nicht, stehle ich Thor seinen Hammer. Mach's wie Duffy Duck. Mach's wie Tassia. Genau. Was soll ich jetzt ganz wieder laufen lassen? Ooooooh... Kebüsch! Aha... Was ist das überhaupt? Sie sah mir ja aus wie eine Sticken-Statue, wie irgendwas von einem Wikinger. Was sagt denn unser Inventory eigentlich? Was hab ich denn hier so gesammelt schon? Mir fehlt noch eine Akademie-Box im ersten Abschnitt. Mhm... Sonst suchen wir die doch mal. Ah, da ist sie auch. Das war ja ne lange Suche! Ich weiß, bin ich witzig, Ruhe auf den belegenen Plätzen. Hey! Fresskick, Karotten... Ja! Noch mehr Zornrieder, ja! Ein bisschen eintönig. WTF? Geiler Grafikglitsch, okay. Müssen wir noch was holen? Dann... Gucken wir mal, wohin uns dieser... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! So, hier bin ich noch nicht gegangen. Mal gucken. Creep. Ganz tot? Ist nicht euer Ernst. Wahrscheinlich muss ich Bugs darüber werfen. Aber jetzt muss ich ihn erstmal finden. Bla, 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 bla. Bugsilein, wo bist du, mein Lieblingshase? Ich hab dich zum Fressen gern. Heute gibt's Hasenbraten. Ah ja. Ich verletze Bugs und erhalte sich durch die Karotte, die er getrautet hat. Haha. Hahaha. Was ist das denn für eine geile... ...Karotengeilheit, Krankheit. So, Beifus. Ups. Hahaha. Äh. Falsche Taste. Oh. Optimal. So, ein Dreck. Yay. Das war jetzt du. Das war jetzt sehr du. Scheiße. Ah, zu viele Tasten. Ja, so geht's auch. Bleib da. Hahaha. Scheiße. estão sneezca세요. Das war schon wieder falsch. Das war schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Eh, dun, 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 dun. Ich bin ein Hasehaselein. Layla, la, die. Layla, lila. Layla, la. Ich glaub wir gehen mal da rein. In dieses Minigame. Ähm, lädst du dich mal auf? Yeah, Super Saiyajin! Ups, ähm, Rollstar oder so. Hallo? Geh doch. Die Rock'n'Roll Challenge. Rollin'. Oh, Doobie, Doobie, was ist ein Klai? Ja, ja, whatever, wahrscheinlich müsste ich die Teile. Wollen? Falsche Teile, hä? Ah, ah, Ups. Shit happens. Rock'n'Roll! Weiß was, ich darf nicht... ...neine Steinplatte runter, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Ja, ich denke mal, die sind nicht so füß, dass sie wohl irgendwas zum toten Winkel versteckt haben. Dann ist das ein Spiel für Jumere. So. Schwule Merkspieler. Erstmal da, dann hier rüber, dann da, dann in die Mitte. Dann hinten hin, dann der da. Ah! Und dann der letzte. Gerade so geschafft. Hey! Zehn Gummipunkte! Ach du Scheiße. Warte mal, ich kann nicht so sicher... ...beiseite schieben. Ja, Metallkisten zerbröseln zu Staub, wenn sie den Boden berühren. 19.03. So. Was ist denn jetzt los? Aha, mir wird dann gezeigt, wohin, nachdem ich mich berührt habe. Hallo? Ja, wir rollen einfach drum herum. Ja, okay, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist eigentlich normal. Oder? Oh, doch. Hey! Ich bin der Beste. Rock'n'Roll. Too easy. Jetzt erzählt mir nicht, dass sich das Spiel aufgehängt hat. Ach so. Ach so, ich bin raus. Ich hab das Minispiel geschafft. Hey! I'm breaking! Können Sie sich mal rollen? Ja, super, Sertion-Poweraufladung! Yeah! Rollstar! Wie komm ich eigentlich auf Rollstar? So, dann gehen wir mal wieder unseren Elefanten besuchen. Oder beziehungsweise die Person, die vom Elefanten zerquetscht wurde. Ich mein, wie lange überlebt er da unter diesem Elefanten? Wer...